Okay, dann mache ich mal weiter. Nicht so lange, weil... Weil eigentlich habe ich gar keine Zeit. Aber es hat mich den ganzen Tag jetzt so gewurmt, dass ich gestern auf einmal so abgekackt habe. Ein Kumpel von mir hat gemeint, ich soll hier einfach mal durchrennen. Das ich jetzt auch probiere. Und es klappt. Cool. Das ist doch kacke. Ach komm. Alles nur, weil ich Angst hatte, mit den Blasen in Berührung zu kommen. Weil die hätten meinen Sprung unterbrochen. Aber okay, ich rechne ja eh nicht mehr damit, dass ich hier 100 oder 50 Ringe bekomme. Weil ich glaube, ich bin ziemlich weit am Ende des Levels. Ja, mal schauen, ne? Okay, okay. Oh. Wäre ich da jetzt... Das ist auch sowas. Woher hätte ich jetzt wissen sollen, dass ich da drauf springen muss? Sobald ich das gesehen hätte, wäre es doch eigentlich zu spät gewesen. Das Spiel ist voller Fallen. Deswegen gehe ich ja auch so vor... Ah, okay, ist Ende. Ja, Stefan hat auch gemeint, ich soll die Musik vom Spiel etwas leiser machen. Habe ich jetzt mal probiert. Ähm, hoffentlich ist es so angenehmer. Ja, unterschiedliche Emulator-Software gibt halt die Lautstärke unterschiedlich aus. Ja. Wie? Okay, wie lang geht es jetzt noch? Aha, aha, aha. Ach, das wiederholt sich, kann das sein? Dieses Pinke da? Ja. Und was mache ich jetzt? Bin ich da? Nee. 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 Und hier. Wird es springen, kann man ja auch nicht. Doch, irgendwie. Hä? Okay. Wow. Ah, okay. Und der Sch... Und was hat der Schalter gemacht? Ah, ah, okay, okay. Gut. Ringe. Falle. Und... Deswegen bin ich jetzt vorsichtshalber etwas... Ja, ich bin jetzt einfach extrem vorsichtig. Komm. Ah, ja, ähm... Da machen die da auch noch solche Plattformen rein, die... Wunderfall. Was liebe ich ja. Ja. Okay, 50 Ringe werden in dem Level ja nichts bringen, oder? Weil hier kommt doch jetzt der Endgegner. Ich finde das so fies in dem Spiel mit den Stacheln und den ganzen Fallen. Das ist eigentlich ein richtig unfaires Spiel. Oh, also... Meine Elfe. Ringe... Klingt ein bisschen gut. Okay. Fehlen nur noch ein paar. Oh! 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 Plattform verfehlt, aber ein Leben! Geil! Uh, die Schale für... Muss ich vielleicht unten? Muss ich erst den Schalter betätigen? Schauen wir mal. Geht mal nach rechts. Okay. Jetzt auch nach rechts. Ringe! Geil! Noch ein Leben. Und da ist der Schalter. Ah, und da links unten geht jetzt was auf. Okay. Jetzt will ich erstmal Luft auf, wenn ich unbesiegbar bin. Okay, läuft. Oh, den habe ich gerade überhaupt nicht gesehen. Oh! Nochmal? Okay. Halbzeit. Jetzt sehe ich nämlich sowas immer Halbzeit. Wie habt ihr das denn genannt? Noch mehr Ringe. Luft, Luft. Erstmal Luft. Und wieder ein Schild. Und wieder ein Schild. Das ist sehr gut. Wo muss ich jetzt überhaupt langen? Zweifelsfall ist ich Ambulin benutzen. Noch? Also hier gibt es richtig viele Ringe. Ja, also ich glaube das Level wird noch ziemlich... Ach Gott, noch mehr. Ey, das hier ist so fies unter Wasser. Hat sich Sonic hier tierisch langsam bewegt. Und jetzt brauche ich auch noch Luft. Ja, ne. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Geschafft! 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 Aha! Okay, jetzt geht es in die andere Richtung. Okay. Oh Gott! Ich bin nicht froh, wenn ich das beendet habe. Wahrscheinlich werde ich bei dem Endgegner hundertmal sterben oder so. Und nicht springen, das sind nicht sterben. Nachher Zeit. Und Käse. Und... Äh... Äh... Ach so, was liebe ich ja. Ne, da links ist nix. Ah, aber es ist was erwartet. Okay. Dann ist es halb so hoch. Ich habe jetzt schon leicht Panik bekommen. Und noch ein Schild. Kriegt das irgendwas? Weißer. Der haut ab. Was ist das jetzt? Jetzt... Bekämpft er mich nicht, sondern flüchtet von mir. Und ich muss jetzt hinterher und den erwischen. Immer wie... Ach du Scheiße! Ach du... Ach du... Ah, Mann! Was soll das denn? Was soll das denn? Und... Das war's jetzt? Oder... Habe ich jetzt irgendwie versagt? Hätte ich den besiegen müssen? Ne, das sieht gut aus. Ey, ich verstehe bei dem Spiel alles ernsthaft. Nur... Falls ihr Fragen habt zu Sonic, fragt mich. Also die letzte Zone fand... Letzte Zone fand ich alles andere als gut. Das Sonic unter Wasser lässt sich nicht angenehm steuern. Aber okay, geschafft. Jetzt höre ich auf. Jetzt geht es mir besser. Ich habe auch ein paar Leben gesammelt. Und jetzt lerne ich einfach mal weiter. Danke fürs Zuschauen. Ich lade es jetzt gleich hoch. Wahrscheinlich werde ich morgen... Oder übermorgen... Weiterspielen. Macht's gut!